Das kostet dich, dein Führerschein. Fahrschulen sind zu einer Preiswahrheit und Preisklarheit verpflichtet. Die Fahrschulen müssen für jede Leistung, die sie erbringen, einen festen Preis nennen und das auch mit einem Aushang. Aber Achtung! Jede Fahrschule kann seine eigenen Preise festsetzen. Je nachdem, wie viele Fahrstunden oder Sonderfahrten du benötigst, kann der Preis deutlich variieren. Und Großstadtfahrschulen sind in der Regel deutlich teurer als die auf dem Land. Diese Kosten kommen auf jeden Fall auf alle Fahrschüler zu. Grundgebühr der Fahrschule zwischen 350 und 500 Euro. Fahrstunden und Sonderfahrten jeweils zwischen 55 und 70 Euro. Das Lernmaterial kostet zwischen 90 und 120 Euro. Die theoretische Prüfung zwischen 83 und 93 Euro. Und die praktische Prüfung zwischen 270 und 380 Euro. Und die Gebühren für den Führerscheinantrag liegen zwischen 40 und 70 Euro. Sehtest, Passfoto und erster Hilfekurs zwischen 45 und 85 Euro. Das heißt, man kommt im Durchschnitt auf einen Preis von 2650 Euro. Was hast du für deinen Führerschein bezahlt? Schreib es uns in die Kommentare.